Dann geht es weiter heute mit World War Z. Letzte Mission lief ja eigentlich ganz gut, mal gucken, ob der zweite Teil auch gut läuft. So, einfach kurz ein bisschen leveln. Level 2, okay. Meine Waffen werden jetzt gerade noch ein paar EP bekommen. So, vorzugter Charakter. Bis Level 30 gehen die Charakter immer nur, gell? Okay. Ne, jetzt mal eine Frage. Okay, okay, bis 30. Moment, ich guck mal gerade mir die Charaktere nochmal an. Äh, ich wollte eigentlich ein... Moment. Wir wollen halt wie Schlitzer. So. Und die Klasse musst du jetzt nicht mehr explizit wechseln. Wenn du einmal die Klasse ausgewählt hast, bleibt die Klasse auch. Für wie lange bist du sie halt voll hast, oder? Ne, bis du selbstständig bei Spielen die Klasse wechselst. Weil der jetzt wieder einen kompletten anderen, äh, einen anderen Typen jetzt ausgewählt hat, als ich eben hatte. Das hat, hat mit deiner Klasse nichts zu tun. Das ist einfach nur optisch. Es gibt nur diese vier Charaktere und da kannst du ja halt beliebig einen aussuchen. Das hat absolut gar nichts mit deiner Klasse zu tun. So wie bei Division im Prinzip, wie du deinen Charakter erstellen kannst. So ist das hier, dass du halt die vier Charaktere vorgegeben hast. Gut, zu Division. Ja, es wäre schön gewesen, wenn man hier jetzt sich selber quasi erstellen konnte. Obwohl, ich habe in Division noch ein bisschen weiblichen Charakter gespielt, mal so nebenbei. Ich habe einfach Bock gehabt, ein weiblichen Charakter zu spielen in der Story. Oh, ich fand die Story wirklich gut in Situation. Aber einige haben auch gesagt, hm, war nicht so, aber doch. Ich war im ersten und im zweiten Teil. Der erste Teil fand ich ein bisschen mehr verpackt, aber der zweite Teil war eigentlich, ich fand's okay. Ich, ich muss sagen, die Story finde ich auf jeden Fall ausgiebiger und, ähm, da haben sie sich auf jeden Fall mehr was beigedacht. Bei Division 1, finde ich, hattest du nicht wirklich eine Story. Da hattest du vielleicht einen kleinen Leitfaden, das war's. Aber bei Division 2 merkst du, dass da eigentlich wirklich eine Story hinter steckt, äh, steckt, wenn du dir die Telefone anguckst und, äh, anhörst und so weiter. Ja. Und wirklich zuhörst, was die da bei den Missionen erzählen. Okay, das habe ich jetzt explizit. Ich habe ja natürlich jetzt nicht, äh, die ganzen Telefone explizit gesagt, das mache ich jetzt selten in irgendwelchen Spielen. Da hattest du mir so, äh, so die Sachen von den Weg abgehend in die Missionen, äh, die, die, die Telefone angucken und alles so und dann, wenn ich es natürlich finde, wenn sie mir ins Auge springen, dann natürlich klar. Ja, ich habe sie auch nicht explizit besucht, auch nur so beim Herumlaufen gefunden. Aber, äh, da merkst du halt, ja. Äh, Jirin, ähm, du ne Frage, noch wegen den Waffen da Rang 1, 2 und 3. Kann es sein, dass Waffe Rang 1 ist, die, 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 die Sekundärwaffen, du, Rang 2 die Hauptwaffen und Rang 3 die schweren Waffen sind? Kann das sein? Ähm, ne, ich weiß leider nicht, womit das zu tun hat. Ich vermute einfach nur, dass das, also Rang 1 sind auf jeden Fall die Waffen, die die jeweiligen Klassen haben können, standardmäßig. Und ich glaube, Rang 2 und Rang 3 ist, äh, wird, glaube ich, davon ausgemacht, ähm, wie oft du die jeweiligen Waffen finden könntest, weil zum Beispiel eine Armbrust ist, Rang 3, und die findest du relativ seltener als zum Beispiel eine Rang 2 Waffe. Ich kann es wirklich nicht sagen, ich weiß es auch nicht, womit es zu tun hat. Aha, okay. This can't be good. I don't trust this psycho. Roy! Roy! Roy, open up! Open the door, you twat! Roy! What's going on? Oh, ich lasse euch mal die Sachen ein bisschen vorlaufen. Ich bin ja das totalste Typ. Guck mal, hier, hier wäre eine Schrotfinde, wenn einer auf eine Schrotfinde wechseln möchte. Ich mach mal die Tür auf, ne? Alles klar. Hier eine doppelläufige Schrotfinde, sekundär. Aha. Bin ich kein Fan von. Obwohl die wahrscheinlich bei den Zombies in den Nahkampf wahrscheinlich doch ein bisschen besser wäre. Eine Kampfschrumpf für Schrotfinde ist auf jeden Fall eine gute Waffe. Hier liegt eine Waffe. Was ist das? Aufklärung. Oh, ne, danke. Okay, ich halte wohl loszugehen, weil da habe ich gerade... ...ja, irgendwas gehört, gesehen. Ich war nicht info was zurecht. Der gelicht. Von rechts. Ich bin verdammt. Stevie, wir hub' die Gate. eigentlich eigentlich auch wenn ich sie platziere ja und sein die käme ist auch angezeigt so soll ich mal machen bei den next switch hinten ist noch einer das natürlich dürfen das über uns vermutlich also ich höre über mir auf linken wo du musst ja auch links oben sollen ist ja nicht der könnte dann auch unten sein konnte auch jeder der tür sein moment der zweite hier bei mir bei mir danke der zweiten schalter darum bitte was ja schon dran ist aber schon habe ich der letztes jeden ich vermute und durch die tür oder so moment hier gibt es weiter ich mag es nicht wenn man mich an ich habe noch einen zeit abgelaufen ja ich wollte gerade den unten nehmen so warte mal jeder vor einem ich hab den letzten ach so sollte ich gesagt mal warten wir stellen uns einfach vor die jeweiligen schalter und der plan war wie sich jeder vereistet sich vor einem schalter alle da ausrüstungsgegenstände können auch deine anderen spiele haben das ist die du vielleicht gerade gesehen hast kann man sie sozusagen von der nacht wenn jemand das schmunkgewehr sehen sollte würde ich sehr gerne nehmen und ich würde das schmunkkarabinern nehmen falls ich den nicht sieht jawohl ja bei mir ist im idealfall ein paar mal ein maschinengewehr oder so wenn es unmöglich ist hier maschinengewehr ist nur drittwaffe hier ist zum beispiel ja so ein mp oder uzi wie auch immer irgendwie sowas ja alles hier drinnen und sturmgewehr ist ja auch schon mal automatisch rufen der kompromiss war das ist glaube ich ein schwere waffe die automatische aber hier ist ja 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 die kompakte mp ist auf der armenbrüste ich nehme eine normale rufen ich habe ja munition gefunden die kompakte mp ist das ist noch verteidigungskisten ja passiert wo kommen die denn überall das wird aber angezeigt wie kann ich den geschützt umsetzen hier alles gut ich bin in dem feld und hier ist auch noch ein automatische geschütze um drinnen ja wenn das gesetzt hast kannst du jetzt ja das habe ich gemacht ich habe oben noch was markiert gehabt ja die sind und nur unter dem ende kommen die hoch das ist ein bot übrigens die bots haben immer gleichbleibenden namen ich habe hier besucht bei mir aber von mir ich komme nicht raus das ist das problem die hat mich auf einmal in der ecke drin ja ich komme ich helfe dir gleich ich helfe dir gleich ich helfe dir gleich das schreien was du gerade gehört hast wenn du es gehört hast das sollte darauf hin dass weitere die zombe es in anmarsch sind okay ich denke er dir ja ich bin mit dem gehe nicht um den wickel in die ich gerne hätte ich wollte mich Ich will den Weg jetzt an der Seite des Knoten-Punkts. Achso, willst du die Kompakt-MP eigentlich haben, lieber? Ich hab eine. Okay, sonst hätt ich ja meine gegeben. Ne, ne, ja. Ich hab mir meine wieder genommen, ich hab die Munition technisch aufgefüllt. Aber danke, guck mal. Lass uns den großen Fenster rauskommen. Reloading! Fans noch nicht? Es sieht aus, wir haben ein Kontrollplan hier. Oh ja. Ich hab sogar nichts mehr an dem Leben. Ich kenne dich in der Kampf. Ich könnte so leicht weg geatmet werden. Da hab ich ganz drauf geachtet, danke. Genau. Kein Problem. Dass du da nicht drauf geachtet hast. Der Bildschirm wird doch dann immer rötlich. Es ist doch dann immer rötlich. Ey, das hab ich gemerkt. Aber ich hab nicht auf meine Energieleiste geachtet. Ich dachte, das fühlt sich irgendwie so steppert. Nicht komplett, aber zum Teil wird automatisch auch. Gar nicht. Gar nicht. Ich guck mal, hier ist noch eine Elektroschockwaffe oder Claymore. Claymore, ja. Hallo. Hier ist ein Sportkarabiner und eine MP. Ich brauche Karabiner, aber gut. Ist aber eins geschlossen, ne? Äh, dann nicht. Warte mal, dann nehme ich mir wieder meine... Sturmkarabiner ist, äh, automatisch. Es ist wie ein Blut. Wir brauchen die Ventilation. Es sieht aus wie der Fanswicht. Vielleicht wird das Platz weg. Äh, der wollte auf einmal wieder schleben. Ja, ich dachte, da lag der Boden. Boah, sieht das geil aus, Mann. Wir können ein Level runter. Wie seid ihr da runtergekommen? Einfach runter springen. Jetzt haben wir ein randomes Team. Und der lag bei mir auf das Ziel ist. Ja, ich kenne das bei Daylight. Aua. Oh, oh. Das ist eine gute Rede. Hilfe! Ich hasse das. Ich bin hier ins Problem. Ich bin hier noch umgeblieben. Obt ihr schon? Kannst du mal aufhören, mich zu hauen? Das ist eine gute Idee. Hier ist noch mehr Elektronik. Ja, ja. Ich muss gerade zu euch kommen. Und wie erst, weil ich habe hier gerade so ein bisschen Nachschub. Oh, von mir. Boah, du bringst sogar Bullen mit. Ja, nett, ne? Ich sag ja, bist du Besuch. Und immer schön die Räume absuchen, weil überall könnte es zum Beispiel eine Sprengmatte oder ein Medikit oder so liegen. Also, man muss wirklich manchmal in Ecken gucken, wo man es gar nicht vermutet. Weil manchmal ist es gar nicht so offensichtlich. Hm. So, jetzt muss er durchsucht werden. Der Mann hat nicht den Schlüssel. Für die super Händerung? Warum nicht? Schieß mal eine tote Leiche nochmal an. Eine tote Leiche? Ja, schieß einfach mal auf eine tote Leiche. Äh, tote Leiche. To, ähm, tote Zambi. Oh, nett. Da flogt ein Beinchen. Komm, wenn jemand ein Beinchen? Ist nur ein automatisches Wort. Wenn jemand ein Beinchen ist gerade im Angebot. Immer noch nicht. Da Kinder im Angebot. Das war estr oldest. Und dann ist er ein Beinchen zu dem Station. Rück, zurück, zurück, zurück! We'reatori! Kraatplein. ёт der Beinchen. Ist das jetzt dein Ernst? Kev, du bist schon wieder fast tot. Was hier? Creeper? Dieses leise Rocheln ist immerhin Creeper. Nee, den habe ich jetzt gehört und auch wissen, woher er kam. Ja, jetzt ist er wirklich wieder rot. Ja, ich muss jetzt regeln. Ich habe leider keine Medikamente. Ja, ich glaube, als würde man verstimmen, 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 verstimmen. Bist du denn? Ja, nicht mehr. Ja, da war ich gerade. Ja, ich will euch auch bedauern. Ja, war mir klar. Ja, das kann theoretisch auch etwas passieren. Obwohl, ja, ja. Ja, da kann man mal aufhören. Nicht zu tun. Oh nein, ich kann mir nur was, wenn ich wechsle. Oh, jetzt habe ich auch kein Leben mehr. Ich habe noch was für dich, glaube ich. Aber warte mal, darf ich stehen? Das sieht bei mir aber gerade auch ziemlich mau aus. Du weißt nicht jetzt selbst. Hä? Nein, oder? Ich darf mal, ich darf nicht stehen. Ich darf mal stehen. Du hast keinen Medikamente. Du hast dich selbst geheilt. Aber schon doch gerade das heilen nach unten und dich heilen. Ja, da musst du immer ein bisschen darauf achten. Das ist wirklich noch nicht sehr ausgekügelt bei dem Spiel. Wenn man das so sagen kann. Ja, wir müssen jetzt tunis aufpassen. Ja, das ist nicht so, dass es gerade noch nicht mehr geht. Das Ding ist, hier kannst nur du laufen. Du hast das meiste Leben. Du musst jetzt die Schlüssel finden. Wir können es nicht machen. Wir gehen besucht. Das war mir klar. Der Heiler, der durchgebrochen, den ich dich gecheckt habe. Bulle. Auf der Brücke hier. Oh ja, ich kann dir leider nicht helfen. Nee, ach, alles gut. Passiert. Wie gesagt, ich sag ja, das passiert öfters. Ich bringe... Ich kann ihn... Ach, der random, ne? Willst du ihn mal bitte? Da ist noch ein Bulle und ich bin sofort tot. Wenn der Bulle mich einmal haut. Du musst die Konsole einmal betätigen. Die da? Äh. Welche denn? Die da hier vorne? Du musst... Guck mal, du musst erst mal noch die Leichen durchsuchen. Du hast den Schlüssel noch nicht gefunden. Okay, jetzt... Jetzt muss der hochkommen und die Konsole hier betätigen. Was soll aber zwei Leichen, okay. Ich kann nichts machen, ne? Nee, er muss... Er muss das betätigen mit dem Schlüssel. Hat jemand Munitionskisten zufällig gesehen? Unten kommt einer. Vorhin war noch Rädchen. Da war es ja kein Ding. Hier unten. Da sind wir da runter. An die Treppe. Äh. Ja. Hier ist noch... Äh. Heilst du ihn da mal vielleicht bitte? Ja, ja, ja. Wir müssen aber runter. Bulle. Aua. Das wird es, glaube ich, nicht gut ausgehen. Ja, der Random soll mal bitte runterkommen. Ja, genau. Deswegen suchen wir am besten Idealfang noch mal einen vierten Spieler. Der wäre gut. Jetzt klopft er mich tot. Ja, ich schließe schon auf ihn. Müsst ihr mal aufwählen, bitte? Ich werde geheilt von Renni. Die wird mir hochgeholfen und nicht geheilt. Ich habe einen Soundbug. Ich muss noch kurz ins... Nee, nee. Das ist mir so interessiert. Kev, komm mal her. Wir verstehen. Wir verstehen. Wir verstehen nicht. Ich heilig mal. Ja, ich bin hier im Tunnel. Wir verstehen. Moment. Sonst geht es wieder nicht. Darf ich hier an dieser Stelle einen Tipp geben für die nächste Passage? Ja. Laufen. Nicht stehen bleiben. Laufen. Laufen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich würde euch hier gerne umgucken, warum sie laufen. Jo. ich war somit und einer muss jetzt mal den Knopf vertätigen mach ist gedrückt jetzt nix zum Hallen drinne, gell? hä? nö deswegen, also bei der Passage wirklich einfach nur laufen ja, hab ich gemerkt ja, das war schon ein bisschen, da kommen jetzt schon viele mehr die sind auch nicht vom Himmel geklärt da hinten liegt zum Beispiel noch mehr geschickt sag mal, wärst du Lee? ich hab den richtigen Zaunpack weil mir klingt es die ganze Zeit so, ob ich nicht am Boden liege und ich hab diesen komischen Herzschlag das ist echt eklig ja, bei dir beim Schießen aber auch ein bisschen seid ihr so weit? ja, ich bin hier ich würde einfach mal gucken, was da noch so am Boden sitzt aufdrecker schießen Kevin, du hast ne Sprengmatte verdammt, das hätt ich eher wissen ah ne, komm mal mit, du hast ne Sprengmatte du kannst solche verschlossenen Türen sprengen ich zeig dir jetzt einfach mal welche mhm hinter hier vor der ich dann stehe wa was weil du hast da drinnen bessere Sachen als die auf weiß nicht herumliegen ja hier ist ein Verwaltzkasten ja, ich heile es hier ist noch ne Verteidigungskiste drin ne verbesserte MP eigentlich sehr zu empfehlen ach, bei mir ist jemand der tötet mich tut er nicht nur die ist da alter, was kommt da angelaufen, ja habt ihr die Verteidigungskisten schon auf? hier ist auch ne Verteidigungskiste ja auch bei mir ist immer noch die Verteidigungskiste bei mir ist immer noch die Verteidigungskiste allemal ich brauche ich hab jetzt noch was aktiviert, guckt euch das jetzt mal Wohle bei mir, Wohle bei mir, Wohle bei mir ich hab dich ich hab dich da kommt doch was von oben bei dir, Schirin ich bin tot der Fahrer ist tot hä? die sind in den Zug eingedrungen ich hab leider absolut keinen Sound um irgendwas vom Spiel zu hören es ist leider ein bisschen nervig